Willkommen auf dem erfolgreichen Kanal, viel Spaß, bitte abonnieren Sie den Kanal für weitere Informationen. Die Mütter von Florian Silbereisen brachen Tränen aus, als sie erfuhr, dass Beatrice schwanger war. Ein Jahr ist es her, seit sich das berühmte Paar getrennt hat und jetzt haben beide eine neue Silhouette. Aber das ist nur das Äußere und niemand kann das Innere verstehen. Zuerst war es H.O.A., die den Namen derjenigen hatte, die die Liebe verraten hat, aber jetzt ist sie diejenige, die zurückgekehrt ist, um die alte Liebe wieder aufzunehmen. Diese Aktion von H.O.A. überraschte alle, dieser Vorfall war in den sozialen Netzwerken komplett öffentlich und niemand konnte die große Motivation nachvollziehen, die H.O.A. glauben ließ, dass London noch zu ihr zurückkommen würde. H.O.A. hat tausende von Empfehlungen und Kritik aus der Öffentlichkeit erhalten, aber das scheint nichts zu bedeuten, denn was sie interessiert, ist Blons Entscheidung. Viele Mädchen sind immer noch verwirkender ihre Liebe. Ich denke, weil ich sie liebe, werde ich verletzt und jage ihnen dann hinterher. Aber in Wirklichkeit entsteht die Absicht nur aus dem Wunsch, sich verwöhnend geliebt und nach guten Bedingungen von der anderen Partei zu sehnen. Vielleicht ist H.O.A. so ein typisches Beispiel und mit dieser ihrer Tat ist es nicht anders, als sich über die Welt lustig zu machen und mit ihrer nicht so schönen Bekanntheit hat H.O.A. Erfolg und steht kurz davor, von Shogos boykottiert zu werden. Derzeit ist Lohm an Lohms Seite und sie wurde sogar von Lohms Mutter vor der Presse anerkannt. Lohms Mutter enthüllte auch, dass Lohm eine große Überraschung für Lohm haben wird. Ein paar Tage später schlug Lohm Lohm plötzlich bei einer Musikveranstaltung vor. Dies hieß die Medien einen Moment lang bewundern. Unser Schauspieler hat den alten Schatten losgeworden und ist mit der neuen Liebe zum Altar der Liebe gegangen. Anbei ein wunderschönes Bild von den beiden in dieser Nacht. Die beste Liebe ist zu geben, ohne zu wissen, was die andere Person denkt oder fühlt. Keine Notwendigkeit anzugeben, keine Notwendigkeit aufgebens zu machen. Seien Sie leise und singen Sie das Beste für die andere Partei. So wie ein Blumen-Lubhaber Zeit damit verbringt zuzusehen, wie sie wächst, gut und ihren Blut freisetzt und all ihre Liebe zum Senden verwendet. Lohm ist so, nachdem er all die Tage mit Lohm verbracht hat, bringt Lohm jetzt das Glück. Lohm weinte, als ihr der Ring an die Hand gesteckt wurde. Dies ist der glücklichste Tag seit Jahrzehnten. Wenn die Liebe erfüllt ist, hören die Tränen nicht aufzufallen. Danke, wünsche dir ein neues Jahr voller Gesundheit und Erfolg in Beruf und Familie. Liebe dich so sehr, bitte abonniere meinen Kanal.